Das ist eine Minze und ihr seht da, ich hab so die Blätter und das, wo die blauen sind, das heißt Nodier. Nodier oder? Keine Idee, nein auf Deutsch. No idea. Das andere ist die Internodier, Arsch. Schau her, und da schneiden wir unter anderem so ein Blauel, schneiden wir das an. Das ist nämlich deswegen wichtig, weil Pflanzen versorgt an so ein Stöckling. Also das Stöckling wird immer nur ernährt bis zu einer Nodier. Das heißt, wenn es oben den Kopf ausschneidet, dass er sich besser verzweigt, muss es auch herabschneiden, dass da nicht zu lang stumpf stehen bleibt, weil der wird nachher verfallen.